So ihr Lieben, wir spielen heute, ups, direkt vor Aufregung gegen das Mikro geschlagen, wir spielen heute was Neues. Wir spielen heute Broomstick League. Für die, die das nicht wissen, was das ist, ich wusste es auch nicht. Kurz gesagt, es ist fucking Quidditch. Es gab mal für die Playstation 1, ich hau schon wieder gegen das Mikro, die Quidditch Weltmeisterschaft. Und das war so geil, da hatte ich richtig Bock drauf. Das wurde aber nie weiter fortgesetzt, bis jetzt. Jetzt gibt es Broomstick League. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ich habe es gerade aufgemacht, ich bin total gehypt, ich habe richtig Bock. Ich finde es schon geil, dass oben mein Logo so schön da steht. Es sieht bisher ganz schön aus, ich mache jetzt hier mal kurz den Charakter. Was machen wir denn, männlich oder weiblich mit Glatze? Oh geil, guck mal hier, der, ah, mega. Wer nimmt einen männlichen Charakter? Welche Hautfarbe darf es denn sein? Boah, das ist ja krass, was man hier machen kann. Wow. Achso, es destruct, cannot destruct item. Okay, mal schauen hier. Ja, ein bisschen, sieht ein bisschen ungesund aus. Sehr dunkle Hautfarbe, etwas bleicher. Nicht ganz so bleich. Sieht auch aus wie so Tupfer für Schminke. Können wir so ein Voldemort bauen? Ich will mir ein Voldemort basteln. Hier so ein super bleicher Typ. Nee. Muss schon. Ich glaube, das ist hier der, der ist schon bleich, ne? So. Face. Was haben wir denn hier? Oh, der, 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 der sieht schon ein bisschen hinterlistig aus. So wie ich. Hm. Aha, 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 aha. Der sieht ein bisschen orkig aus. Oh, das, das ist das Voldemort, der Voldemort Kopf. Den nimmer. So. Das ist das Face. Eye Color. Ah, Eye Color. Okay. Was hat der denn für Augen? Was hatte Voldemort denn für Augen? Voldemort, Voldemort. Hm. Mal schnell gucken. Hm. Lord Voldemort. Bilder. Oh, der hat so kleine Schweinsäuglein gehabt. Aber die sind irgendwie so, so grau-grün gewesen. Okay, da müssen wir mal gucken. Hier so. Oh, die sind aber leuchtend. Die sind etwas eisig. Oh, hier cool. Mit, mit brauner Iris so drin. Das ist, das ist auch cool. Das gefällt mir sehr. Mit diesen Eintupfern. Alles was Grünes mal angucken, ne? Ja, das, das sind sie, glaube ich, oder? Die sind auch nicht schlecht. Aber, ja, ich nehme mal die. Die will ich, ich glaube, die sind ganz gut. So. Haar-Color ist eigentlich völlig egal, weil Lord Voldemort hat nun mal keine Haare. Ich möchte auch, ich, die Augen brauen kann man wahrscheinlich nicht hier irgendwie, äh. Okay, wir gehen trotzdem mal kurz in Hairstyle durch. Oh, da ist noch nicht viel. Aber, oh, das ist, aber cool aussehen tun die Frisuren, finde ich. Okay. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ist auch schön. Auch wenn es hier nicht so ganz aufsitzt, ne? Dann hätte man so ein bisschen, aber das ist, wir sind hier alles noch im Early Access. Das Spiel ist noch gar nicht auf dem Markt. Das passt noch, ne? Momentan habe ich, ich habe ja Steam geguckt, momentan kriegt man es wohl noch nicht. Ach, guck mal, heute ist aber fettig draußen, ne? Also, boah. Aber, ne, wir wollen ja hier den Glatzentoni. So. Was jetzt, äh, Closing? Ach, man kann verschiedene Uniformstypen wählen. Muss ich mal hier hinten mal schauen. Ach, hier so ein Rotz. Ah, mit blauem Rand. Ohne, ohne Zipfel. Und rotzig. Okay, ne, muss schon hier, muss schon ordentlich aussehen, der Herr, ne? Aber irgendwie, also, ist mega geile Anpassungsmöglichkeit, aber er hat halt zu viel Nase für einen Lord Voldemort. Ich glaube, das wird leider nichts. Ach. Und ein Bart kann er sich auch nicht stehen lassen, oder? Ah, okay. Ja, da müssen wir, müssen wir umschwenken. Das Gesicht lassen wir mal. Äh, die Augenfarbe war auch gut. Der kriegt jetzt hier, wo war sie? Hier. Äh, die Frise. Zack. So. Schwupp. Klamotten waren in Ordnung. Aha, welchen Stab hat er? Aber momentan gibt's nur zwei Stäbe. Aber es sind beide, also der sieht ja filigran aus hier. Ne, den würde ich nur kaputt machen. Ich will hier den. Der ist gut. Der ist schon hier mit dem Ei da drin. Da kann ich dran rumspielen. Kann ich, an einem Ei kann ich zumindest rumspielen dann. So, der Broomstick, da gibt's drei. Das ist einmal der Drifter, einmal der Straight Edge und einmal der Fiddle. Und der Fiddle ist, glaube ich, meine Wahl. Das sieht halt so... Äh, das hier ist ja einfach nur halt ein Besen. So, und das hier ist noch viel mehr, einfach nur ein Besen. Aber hier, der hier. Der ist schon geil. Ja, den nehmen wir mal, den nehmen wir mal, den nehmen wir mal. So, was ist Trails? Ach, Trails ist hier die Spur hinten dran. Okay, da gibt's nur Default gerade. Okay, okay, okay. So, Taunts. Was haben wir hier für Taunts? Äh. Achso, Wave. Achso, Wave wegen Winken. Ja, verstehe. Wave, ja, natürlich. Und Clap. Ja, gar keine Frage. Das, wo er den Zauberstab so in der Luft abstellt, natürlich. Geil. So. Was ist das? Ja, gut. Emblem. Ach, ich kann mir hinten drauf noch so ein Emblem setzen. Das ist ja pornös. Hier, zack. Oh. Boah. Oh, ei, ei, ei. Da ist ja richtig viel. Guck mal, ich kann mir hier so einen schönen Kackhaufen hinten drauf setzen. Boah, da haben, also ganz ehrlich, äh, da haben die Jungs und Mädels, die das Spiel programmiert haben, sich echt Gedanken gemacht. Und auch... Sehr schön. Hier, zack. Ah, das, das ist ja geil. Ja, guck mal, da sind ganz viele Streamer. Wo bin ich denn? Bin ich auch da? Nein, ich bin nicht da. Kann ich meins hochladen? Krass. Ich möchte meins hochladen. Ich möchte, dass ich auch dabei bin. Das ist ja abgef... Das ist ja mega abgefahren. Das wäre... Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich meins hochladen dürfte. Bis dahin muss ich mich aber gedulden und hier abgefahrenen Scheiß nehmen. Hier, oh. Hier ist so viel geiles... Ich glaube, ich nehme den Pirate. Der Pirate gefällt mir. Der ist gut. Ach, das... Ach, da ist so viel Gutes bei. Aber ich glaube, ich bleibe beim Pirate jetzt. Das ist schon geil. Das ist geil. So. Okay. So. Unseren Helden haben wir. Ohne Emblem. Moment. Da müssen wir aber nochmal zurück. Das geht so nicht. Ich will meinen Pirate. Wo ist er? Da. So. Jetzt ist das Item aber equipped. Jawollo. Okay. Gut. Das war's. Wir haben Charakter erstellt. Bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. So. Wir können 3 gegen 3, 1 gegen 1 und 2 gegen 2 spielen. Ich muss mal ganz kurz... Oh. Ups. Ich entschuldige mich kurz, dass der Sound weg ist. Denn ich muss mal ganz schnell... Äh... So. Gut. Wo ist das? Nein. So. Practice. Erstmal... Ne. Tutorial. Tutorial. Ja. Ja. Go to Tutorial. Das wäre ganz praktisch. Ich habe mir zwar so eine PDF durchgelesen, die dabei war, aber... Davon habe ich die Hälfte wieder vergessen. Was ist passiert? How to move? Okay. How to boost? Oh, ich habe da schon Bock drauf. How to dash? Tap the space to perform directly dash move. Use the dash to... Deek? Oh, the defender. Ah. Okay. Abgefahren. Krass. Cool. Boah, wie gut das aussieht. Ha. Ich liebe das. Achso, ich soll hier... Mich durchdashen. Boah. Ich kann nicht動fen. blablabla zählt das was mache ich falsch das dürfte jetzt richtig sein das klappt hier aber nicht so geil gerade also ich glaube schon dass ich es richtig mache aber er glaubt es nicht also das system glaubt mir nicht dass ich es richtig mache oder muss ich das in einem gewissen Zeitpunkt machen ah das war der gewissen Zeitpunkt ok wie zu holen wie zu holen du kannst das Spiel automatisch holen direkt in die versuche es jetzt holen wooo ich habe das Spiel wie zu holen wie zu holen Magnet-Abilität du kannst auch den Spiel nach du benutzen Magnet-Abilität press und hold die E-Key zu aktivieren die Abilität ok ok how to shoot the ball das ist ja wohl wahrscheinlich das einfachste pang oh ha ich habe ihn wieder gefangen man muss schon ein bisschen die Flugbahn auch mit berechnen verstehe how to pass the ball ok ah ich kann geil wo bin ich und jetzt geht's ab ins Tor yeah cool ok how to blast the ball you can blast the ball away instead of picking it up this is useful to quickly clear the ball out of your end or make a safe oh ich entschuldige mich für das Gebell im Hintergrund when you don't have possession of ok versuchen wir mal how to blast the ball away from opponent how to blink lastly you have the ability to blink toward a short distance to quickly cover more area you can blink aha ah ah that cooldown ok 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 ja krass and congratulations ok cool gut dann machen wir jetzt erstmal ein practice practice 2 arena ich möchte die kingdom arena ich möchte schuster bleibt bei der leisten die kennen wir jetzt schon so ein bisschen ach hier ist gar kein bot bei jetzt ok ja egal kann man oh da ist doch alter ok hat er gerade ein dab gemacht mit mit instant replay hat er gezeigt oh entschuldigung hat er gezeigt wie er uns abgezogen hat also mich euch nicht schon wieder das ist ja was was hier hallo ich will das nicht sehen müssen kann ich das wegdrücken krass wie schnell auch ok ok ich geh jetzt glaube ich in äh coverage ich muss mal gucken dass ich das hier irgendwie aber das kann man nicht überspringen im gegenteil es dauert noch länger wenn man es versucht oder was so ok das wird ein hartes spiel werden das sehe ich jetzt schon ok 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 boah der macht mich hier fettisch so hier ist ja nicht versteck ich glaub ich bin ich schon verrät alles ich nicht versteck ich달 According frech so hier, möchtest du üben? kriegst du erstmal den großen Ficker vor die Nase gesetzt oh Gott, oh Gott der ist überall nein boah ja ne, so nicht hier das ist ja frech was ist das hier number of bots, machen wir mal drei bots so haben wir jetzt hier drei bots? ich bin mir nicht sicher ok ne 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 so nicht, wir gehen jetzt hier direkt ins Spiel ich werde jetzt allen hier den Spaß verderben, indem ich hier als krasser Kacknoob ins 3 gegen 3 gehe game is out, the day please update äh? ich hab's doch gerade erst installiert hm ok dann werde ich's updaten und in der nächsten Folge geht's dann ins Geplänkel ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß dabei ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie ein krasser klarkomme das ist ja boah ne und beim nächsten Mal gucken wir dann, wie's weitergeht tschüss, bis dann business business b s